Der liebe Florian Unterburger aus Sachsen hat mich zur Ice Bucket Challenge herausgefordert. Das heißt, ich muss mich binnen 24 Stunden mit diesem wunderbaren Wassereimer übergießen oder 100 Euro an die ALS-Association spenden. Da mache ich natürlich mit, zumal ich dann selbst Leute nominieren kann. Und zwar nominiere ich einmal Gregor Gysi und Martin Solleborn. Wir wollten ja schon länger mal was zusammen machen. Ich habe allerdings gehört, es soll in Berlin relativ kalt sein. Also trocknet euch gut ab danach. Und dann nominiere ich noch meine Kollegin, die Ska Keller. So, los geht's! Hier ist der Eimer. Alles ist noch drin. Angenehm!